The Horus Heresy Primarchs 4 Per Turabo Der Hammer von Olympia Von Guy Haley Gelesen von Florian Walter 1. Der Tyrann von Lochos 799 M30 Lochos, Olympia Die letzten Regentropfen fielen. Durstige Erde nahm die frische Feuchtigkeit gierig auf, die den Boden dunkel färbte. Am Morgen würde der trockene, sandfarbene Ton zurückkehren, doch für den Moment hing der scharfe Geruch von Regen auf ausgedautem Grund zwischen den Bergen. In der Kälte der dunkelsten Stunden der Nacht wurde auf diesem Pfad aus festgetretener Erde der junge Per Turabo nach Lochos gebracht. Vier Männer in weißer und goldener Rüstung eskortierten ihn, zwei gingen vorweg und zwei hinter ihm her. Wenn der Junge nicht über das allergrößte Selbstvertrauen verfügt hätte, so hätte er sich als Gefangener betrachtet. Es war tatsächlich die Aufgabe der Krieger, ihn zu bewachen, aber nun, da sie ihn gefunden hatten, hegten sie selbst Zweifel. Wenn Per Turabo sprach, lauschten sie aufmerksam, als würden seine Worte sie geradezu zum Zuhören zwingen. Sie alle erkannten die Rollenverteilung von Wachen und Bewachtem als fadenscheinige Maskerade. Der Junge wurde auf eigenen Wunsch Per Turabo genannt. Der Anführer der Männer hieß Miltiades. Sein farbiger Helmbusch kennzeichnete ihn als Suboptio der 97. Großkompanie von Lochos. Unter seinesgleichen besaß er Autorität. Die anderen Männer hatten ihren Namen nicht genannt, und so waren sie dem Jungen nicht bekannt. Junge, Mann, diese Begriffe waren gänzlich subjektiv. Per Turabo sah wie ein Junge aus, daher war es verständlich anzunehmen, dass er ein Jugendlicher war. Das war er nicht. Ihn umgab eine unheimliche Aura. Er bewegte sich und sprach wie ein Mann, der es gewohnt war, sich in gehobener Gesellschaft aufzuhalten. Sie hielten den Anschein aufrecht, dass sie Männer waren und er ein Junge, und dass daher sie das Sagen hatten. Doch auch das glaubte keiner von ihnen. Per Turabos Gebaren implizierte, dass er besser war als sie, dass er ihnen in jeglicher Hinsicht überlegen war, und sie akzeptierten es demütig. Die tiefhängenden Wolken wurden zu Nebel, der an den Hängen hinab ins Tal kroch und den funkelnden Sternenhimmel enthüllte. Der Sternenmahlstrom glomm mit bedrohlicher Intensität mitten am Himmel. Auch wenn die Männer behaupteten, ihn nicht sehen zu können, war sich Per Turabo seines bösartigen Blickes doch jederzeit bewusst. Er wollte sich davon nicht einschüchtern lassen und ignorierte ihn. Stattdessen konzentrierte er sich voll und ganz auf die Welt unter seinen nackten Füßen. Der Weg war uneben und voller Steine, die durch die Füße von Generationen von Viehhirten glatt geschliffen worden waren. Dornige Pflanzen säumten seinen Rand und kratzten an den Beinen des Jungen entlang. Er begutachtete sie oberflächlich im Vorübergehen. Er interessierte sich für sie, obwohl er mit ihrer Natur und ihren Eigenschaften bereits bestens vertraut war. Er atmete tief ein und erfreute sich am Geruch des Regens, während er Hypothesen darüber formulierte, wo der Regen herkam und warum er die Welt so beeinflusste, wie er es tat. Alles war neu und gleichermaßen vertraut. Wissen formte sich ohne aktive Rückerinnerung in seinem Verstand. Es war ganz einfach ein Teil von ihm. Er war ein Neugeborenes, auf dem eine Weisheit weit jenseits seiner Jahre lastete. Am Horizont zwischen den Flanken der Berge erhob sich die riesenhafte Silhouette von Lochos. Doch trotz der beeindruckenden Präsenz schien das bronzene Stadttor in der Dunkelheit am anderen Ende des Tales noch fern. Goldene Kuppeln kauerten hinter hohen Mauern und Bastionstürmen. Sie wirkten wie die Helme von Männern, die sich vor ihrem Feind zu verbergen versuchten. Waffenläufe ragten aus etlichen Schießscharten hervor. Es war ein Ort der Macht und Stärke mit Ansprüchen an Schönheit, denen er nicht wirklich gerecht werden konnte. Dafür war die kriegerische Natur der Anlage zu deutlich sichtbar. Der Junge und seine Begleiter überwandten schweigend eine steile Anhöhe. Die unheimliche Ruhe der sterbenden Nacht lag schwer auf der Welt. Das Schlurfen ihrer Füße auf dem Pfad und das Klimpern ihres Rüstzeugs waren zu laut in der Stille. Ein trockener, mit Gräsern und stacheligen Bergpflanzen bewachsener Hang erstreckte sich vor ihnen. Zwischen den struppigen Büscheln und Sträuchern lagen Steine so spitz und scharfkantig wie Zähne. Der Boden war kaum fruchtbar und trotzdem teilten sorgsam angelegte Abgrenzungen aus demselben Stein den Bereich in Parzellen. Die Neigung des Menschen, seinen Besitz von dem des Nachbarn abzuteilen, war selbst hier stark, obwohl das fragliche Land kaum die Mühe wert war. Die kleinen Mauern zogen sich über das Land bis hin zu einem Absatz, wo der Boden jäh abfiel. Das fahle Licht des heraufdämmernden Morgens ließ alles miteinander verschmelzen. Obgleich sich die Nacht im Tal noch hielt, konnte der Junge außergewöhnlich gut sehen und am jenseitigen Ende sah er stufenartig angelegte Felder und Wälder aus Nadelbäumen und hohen, dornigen Saftpflanzen. Weiter entfernt blökten Tiere. Die Straße wandte sich an einer der Steinmauern entlang und führte sie an den Rand des Gefälles, wo das Tal sich öffnete. Tief unter ihnen glommen die Lichter eines Dorfes, die von rauschenden Bächen und den glatten Oberflächen aufgestauter Teiche reflektiert wurden. Das feuchte, reichhaltige Aroma sprießender Pflanzen erfüllte das gesamte Tal. Die Straße lief auf die Kante zu und verwandelte sich in eine schmale Treppe, die direkt in den Fels gehauen war. Sie brachte Perturabo innerhalb weniger Schritte aus der trockenen Höhenluft der Berge hinab ins klamme Klima des Waldes. Die Wachen reihten sich hintereinander ein. Miltiades ging vor Perturabo, die anderen hinter ihm. Lochos dominierte diese fruchtbare Oase im sonst so kargen Land. Perturabos Gedächtnis war leer. Es fanden sich keine nennenswerten Erinnerungen darin. Doch er verstand, was er sah, als hätte er eigene Erfahrungen mit einer derartigen Umgebung. Er verstand die geologischen Prozesse, die das Tal erschaffen hatten. Er wusste, warum Lochos an diesem Standort errichtet worden war, was die Stadt beschützen sollte und warum die Menschen einen solchen Ort überhaupt beschützen wollten. Miltiades hielt an einem kleinen Absatz in der Steintreppe inne. Er hielt dem Jungen die Hand hin und brach die Stille zwischen ihnen. Dieser Abschnitt ist tückisch. Ich benötige keine Hilfe, sagte Perturabo. Er betrachtete die dargebotene Hand des Suboptios mit derselben nachdenklichen Neugier, mit der er seine übrige Umwelt bedachte. Wie du willst, sagte Miltiades. Er drehte sich weg und schaffte es trotzdem nicht, sein Unbehagen zu verbergen. Die Stufen waren ausgetreten und rutschig von Algen, die von dem Wasser genährt wurden, das aus dem Feld sickerte. Perturabo überwand den Bereich mühelos. Von dort aus war es nur noch ein kurzer Abstieg zu einer breiteren, befestigten Straße. Der äußere Rand wurde von den steilen Hängen des Tals begrenzt, die hinter einem niedrigen, gemauerten Wall abfielen. Die Männer nahmen ihre Positionen um den Jungen herum ein. Sie nahmen ihn in einer viereckigen Formation in ihre Mitte. Ist dies die Straße nach Lochos? fragte der Junge. Die Straße verschwand in einer Biegung hinter einem vorspringenden Steilhang mit schroffen Felsspitzen. Der Boden war dunkel vor Wasser, das noch nicht versickert war, aber nicht nass genug, um die Oberfläche der Straße in Schlamm zu verwandeln. Die steigende Temperatur ließ die Luft unangenehm schwül werden, doch den Jungen beeinträchtigte das nicht im Geringsten. Die Temperatur war eine Variable, die registriert und begutachtet werden wollte, um später ausgewertet zu werden. Nichts weiter. Dies ist die Straße nach Irex, sagte Miltiades. Sie mündet unter uns in die Fernstraße nach Lochos. Wir müssen noch weiter hinab, um dahin zu gelangen. Sie stiegen zügig in das Tal herab. Der graue Lichtschein am Himmel wurde zu einem fahlen, goldenen Leuchten, in dem die Sterne verschwanden. Selbst der Sternenmahlstrom verblasste zu einem bläulichen Kratzer. Der Junge war froh darüber. Mit Erscheinen der Sonne schwand die Macht des Mahlstroms, ihn zu sehen, und ein Teil von ihm entspannte sich. Es war ein Teil, dessen er sich zuvor nicht bewusst gewesen war. Im Tal hielt sich die Nacht länger, und je tiefer sie hinabkamen, desto dunkler wurde es. Die Luft wurde schwer vor Schatten, als ob die Dunkelheit verdichtete, um eine letzte trotzige Bastion gegen den heraufziehenden Tag zu bilden. Farbe floss in die Welt. Aus den Dörfern und den Gehöften an den Hängen des Tals halten die Geräusche erwachender Familien durch die dünne Luft herüber. Die Häuser waren in abenteuerlicher Manier auf Felsspitzen und kleine Anhöhen am Hang gebaut worden. Indem er diese Beobachtung machte und ihm dazu auch die ausgeklügelt, terrassenartig angelegten Felder und Erdbefestigungen auffielen, konnte Perturabo den enormen Wert einschätzen, den die Einheimischen jedem Quadratzentimeter bebaubaren Bodens beimaßen. Der Pfad mündete in die Fernstraße. Sauber aneinandergefügte Steine bildeten eine glatte Oberfläche, über die vereinzelte, von Lasttieren gezogene Karren dahin rollten. Es war noch immer ruhig und die Gruppe gelangte zügig weiter ins Tal hinab. Die Straße traf auf einen weißen Fluss und führte fortan über einen Deich daneben, dessen Mauersteine sorgsam in die von der Flut herangetragenen Findlinge eingepasst worden waren. Kurz darauf spannte sich eine große Brücke über den Fluss und lenkte die Straße auf die andere Seite. Dort wandte sie sich sogleich wieder einen steilen Hang hinauf, der sich bald in eine Felsklippe verwandelte. Bis auf den mühselig in den Stein getriebenen Serpentinenpfad gab es hier keine Spuren menschlicher Werkzeuge. Die Mauern von Lochros erhoben sich aus der Spitze des Berges. Sie waren aus Sandsteinblöcken gemacht, die so glatt aufeinander lagen, dass sie eine nahtlose Oberfläche bildeten, die von dem Fels des Berges unter ihnen nicht zu unterscheiden war. Doch obwohl sie direkt aus dem Berg hinaus wuchsen und aus demselben Material gemacht waren, unterschieden sich die Mauern so sehr vom Berg, wie der Junge sich von den Männern unterschied. In ihrer Kunstfertigkeit und majestätischen Ausstrahlung übertrafen sie den Berg. Sie schlossen seine Spitze ein und nahmen sie in Besitz. Das Können der Menschen stellte die Natur in den Schatten. Der Junge und die Festung glichen einander in dieser Hinsicht. Miltiades blickte zu dem Jungen zurück. Stolz lag in seiner Stimme. Die Mauern von Lochos, sagte er, unerschütterlich und unmöglich zu durchbrechen. Nichts hält ewig, sagte Perturabo. Miltiades warf ihm einen finsteren Blick zu. Die Straße wandte sich in einem präzisen Schlangenmuster hin und her. Ein Kanal in der Mitte führte Wasser und bot eine Schiene für die Bremsstangen von Wagen. Die Straße wurde steiler und Kanten aus präzise zugeschnittenen Pflastersteinen saßen im Boden, um den Reisenden Halt zu geben. Kleine Bastionstürme bewachten jede Kehre nahe der Spitze. Ein halbrunder Platz, der direkt aus dem Fels gehauen war, erstreckte sich vor dem großen Torhaus. Das Tor bestand aus dickem Holz, das mit Bronzeplatten und scharfen Dornen aus Eisen beschlagen war. Zwei riesige Türme rahmten es ein. Miltiades blieb direkt vor dem Tor stehen und klopfte an eine winzige Tür im hinteren Bereich des linken Turms. Sie war so platziert, dass es überaus schwierig wäre, einen Rambock effizient zum Einsatz zu bringen. Als sie sich öffnete, erschien dahinter eine schmale Treppe, die zusätzlich von einem eisernen Gitter geschützt wurde. Perturabo sah in ihr eine Schwachstelle. »So rasch zurück, Suboptio?« fragte der Wachmann. Seine Uniform unterschied sich von Miltiades' Aufzug und sein Tonfall war respektlos. Seine Mine änderte sich jedoch, als Miltiades zurücktrat und mit ausladender Geste auf Perturabo zeigte. »Informiere den Palast«, sagte Miltiades. »Wir haben den Jungen!« So kam Perturabo zum ersten Mal nach Lochos, heimlich, durch einen verborgenen Einlass. Die Stadt erwachte langsam, während ihre kleine Gruppe die steilen, gewundenen Straßen hinaufstieg. Nachtarbeiter und jene, deren Berufe frühes Aufstehen erforderten, waren ebenfalls unterwegs. Perturabo hatte nie zuvor so viele Menschen gesehen, zumindest konnte er sich nicht erinnern. Er hatte sich auf einem Feld... ... ... ... ...